Musik Yo was geht ab Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde MW2 Live von mir Heute spiele ich Erschhafter auf Underpass, natürlich mit Facecam wieder wie ihr seht Und joa, warten wir an den Spieler Und gucken was hier so geht, einen Burdenangriff natürlich Ich nehme mal die UMP glaube ich ab So 5, 4, 3, 2, 1 Let's go So Ich denke mal ich renne hier über C rum, weil hier ist er am sichersten Auch wenn es hier ziemlich offen wird, aber egal So Jetzt sind wir den Gegner spawnen Ersten durch die Wand Zweiten Da ist noch einer Dritten Die campen meistens, ja Oh fuck Okay, jetzt bin ich über kurz zwei Harrier Fühle ich eigentlich mit Hardliner oder ohne? Ich glaube ohne Jetzt bin ich eins, zwei Harrier Der ist da irgendwo Da ist so ein Fenster Ja Okay Bitte lassen wir den Bitte, bitte lassen wir den Bitte, bitte Ja Ich glaube ich verkehrt Ich glaube ich verkehrt mich jetzt einfach mal hier Wenn ich den Junk safe hab Also so safe ist ja auch noch nicht, wenn ich nicht mit der AC abgehe Egal ich camp einfach mal hier So ein oder zwei noch Komm schon Bitte Einen noch Noch ein Kacke Hey wir anfeuern hier mit der UMP Ja man So Spawn die Scheiße Ich hab den großen Verhauen Okay Okay Dann hol ich den jetzt mal da hin Wenn hier noch das Bon B Fuck man Noch mehr Kids Noch mehr Scheiße Digga Nein Bitte Mach noch Fuck Der in der Ecke da Ich bin so kurz davor Komm jetzt noch einen großen dahin Bitte Nein Eins von Junk Scheiße Das kann ich gut enden Fuck Soll ich jetzt die Camp oder Scheiße Ich werd locker gar nicht gesniped oder so Wo soll ich hinrennen Da Da Ja Ja Geil alter Jetzt killt mich alter Ich hab noch so viel Zeit für noch nen Junk Kein Bock die jetzt schon rauszauern Dann wär das Video ein bisschen zu kurz Ja ok gut Bisschen zu kurz Also Hoffen wir dass hier noch was geht Und wenn ich dann einfach zu oft sterbe Dann hau ich die glaub ich raus Weil sonst das ja auch nicht so ansehen Nicht das Ende Und dann möcht ich ja nur mehr ändern Und so Ja Da liegt einer Was auch immer der da macht Oh mein Gott Was sind das hier für Gegner alter Nein da kommen welche Nein Bitte töte mich nicht Bitte Bitte töte mich nicht Bitte Nein der Der Hurensohn Oh mein Gott Leute Scheiße man Ich war wieder kurz vor Harry Ja glaube ich So ein oder zwei vor Demtex rüber Kacke man Jetzt aber Puh Was macht denn er Ich hau gleich den Juck raus So jetzt aber Ihr müsst mir mal sagen Ob die Facecam gut steht Oder ob ich die irgendwie anders hinstellen So weil so ist eigentlich am prakt Pra Man alter Weil so ist eigentlich am praktischsten Für mich Mein Unser teammate hat einen Jocker Garne Nicht so lange Okay Gehen wir mal hier hinten rum So Jetzt Jetzt schaffe ich den Harry Ich weiß es Ich weiß es Was man Ich hau jetzt die Nuke Alter mir scheißegal Ja Freunde Super Okay Warte Ich muss noch weg aimen Ja Freunde Auf jeden Fall Ich hoffe das Video hat euch gefallen Und wenn ihr Jetzt heute noch eine Runde MW2 sehen wollt 500 Likes Und die nächste Runde kommt heute Also haut rein